moin leute schön dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren partie 7 days today und ich habe ich hoffe ihr seht mir da schon mal ohne euch diese kiste weiter aufgehackt holzrahmen wollte ich herstellen damit ich da wieder platz habt und wir gucken jetzt mal ein ok hat sich das jetzt so gelohnt ich weiß ja nicht kann ich diesen mod eigentlich auch da in dem mantel reinpacken kann ich nicht okay schade schade aber ich müsste glaube ich irgendwo in der klamotten das ist ja schon hier und schon da irgendwo habe ich doch hier sonnen da habe ich zum beispiel in zwei taschen mod drin der wird dann jetzt einfach durch ein dreitaschen mod ersetzt immerhin besser als nix und dann haben wir jetzt hier noch stahl vorschlaghammer teile naja hat er mir irgendwie mehr von dieser von dieser schule erhofft was haben wir jetzt hier noch zwei bier ja gut die können auch gerne drin bleiben ein necke leckeren wildbrät eintopf das ist doch nett den würde ich schon gerne mitnehmen aber ansonsten ist hier glaube ich tatsächlich auf dem dach nicht viel los also dafür den ganzen hype bin ich schon ein bisschen also im sinne von dass man sich hier so hoch kämpft finde ich schon ein bisschen grenzwertig ich hätte jetzt hier mit mehr geilem scheiß gerechnet aber gut was nicht ist kann auch nicht werden schade die vögel sind jetzt hier schon weg gespawnt so wo ist denn mein auto da vorne gucken wir mal vielleicht irgendwie runter kommen damit wir die taschen leer machen damit wir da wieder ist jetzt da so nix ne gibt es hier nirgendwo ok das heißt ich muss jetzt tatsächlich hier drin nein das war jetzt so eigentlich nicht gewollt na geil dein bein ist was ist es verstaucht verstaucht das wird heilen ich brauche eine zeit gut gut also nicht so gut aber macht ja nix immerhin so ein paar sachen habe ich da schon drin das macht es dann ein bisschen einfacher kaffee habe ich da nicht drin gehabt so hier kommen die zwei papier die kümmer getrost wegschmeißen ich hatte doch hier glaube ich irgendwo kleber hier unten zwei kleber habe ich stoff noch irgendwo hier dann haben wir daraus nämlich einfach zwei klebeband ist spart und immerhin einen taschenplatz kommt raus gehe rein klebeband mütze und dann kann ja auch die farbe rüber so schade mehr platz ist nicht gibt es noch etwas was wir zerlegen könnten der ist aus messing alter luftfilter der kann nix hier das blei und dann lassen wir das da ich glaube die ecke hier ist ganz angebracht weil das glaube ich alles an der wand hält obwohl es auch nicht so aussieht auch faszinierend dass uns das setzen von wood frames so außer atem bringt aber ok gut ich war wo war ich denn hier hinten irgendwo und wollte hier das zumindest noch mitnehmen dann können wir die zwei bier mitnehmen und auf jeden fall den weg brät ein topf da ist leider nix drin hier ums eck gab es ja irgendwie auch nix glaubt das hier ist auch nur unnötige dekoration da wird glaube ich nichts großartig hinter sein ist nichts nach drunter versteckt also irgendwie hatte ich hier ich weiß nicht warum mehr erwartet Nee, 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 nee. So, aber... Looten. Ach so, das hatten wir aber schon. Okay, das heißt, das Ding kann ich jetzt hier wegnehmen. Und könnte höchstens sagen... Wegpunkt speichern. Habe ich hier irgendwas von genommen? Crack a book. Dann haben wir das abgespeichert, aber kann ich das ausschalten? Auf der Karte zeigen, Wegpunkt verfolgen. Ich kann den, glaube ich, nicht ausschalten, ne? Dass der nicht angezeigt wird. Also, dass der da oben jetzt nicht so penetrant angezeigt wird. Schade. Das wäre eigentlich noch ganz praktisch. Komm, mal funzeln an jetzt hier. So. Und hier bitte auch. Äh, wir wollten... Nach Hause. Dann müssen wir ja rückwärts. Na, tolle Rolle. Ist ganz schön dunkel hier. Ich sehe ja so gar nichts, ne? Doch, äh... Shift drücken bringt, glaube ich, was. Ach, einfach bis zum Ende durch. Da dürfte auch nichts mehr im Weg stehen. Da doch ganz am Ende steht noch irgendwas. Die Frage ist, wann kommt das Ganze am Ende? Ich will da ja nicht rein, aber auch reiten. Da ist ein Zombie. Da ist das bisschen meine. Und seht ihr, deswegen ist das eigentlich so praktisch und wichtig, dass wir hier uns auch darum kümmern, Dinge zu entsorgen, die auf der Straße stehen. Ich fahre in die total falsche Richtung. Ich trolle. Schön, dass der schneller laufen kann, als ich in dem Auto. Das finde ich grenzwertig. Naja. Ne, deswegen ist das so wichtig, dass man die Sachen entfernt, die auf der Straße rumstehen. Weil man bei Nacht halt eben nun mal nicht so weit gucken kann. Und dann ist man ruhig die Katze einfach in irgendwas reingesemmelt, was man gar nicht wollte. Achso, da drüben wohne ich ja schon irgendwie hier. Hm. Scheinbar hat er keine so große Lust, hier noch reinzukommen. Achso, ich muss hier vielleicht noch mal das Licht ausmachen. Und wir laden uns die Taschen voll. Ist halt gerade eh scheißegal. Because es ist Nacht. Und dann kann ich ja so viel schleppen, wie ich möchte. Und jetzt erstmal in die ominöse Händlerkiste hier hinein. Oh, das kann ich noch nicht. Okay. Hätte ich das noch... Ah. Ich lese es trotzdem. Weil ich es ja theoretisch gar nicht kann. Sonst noch irgendwas? Ne. Gut. Dann können diese ganzen Dinge hier einfach mal reingeballert werden. Allen voran die Steroide. Die esse ich ja sowieso nicht. Die benutze ich ja sowieso nicht. Diese ganzen Baupläne. Also... Hollalü. Das gäbe gut Geld. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als hätte ich nicht sowieso schon gut Geld. Aber... Hm. Ach, hier ist noch ein Dreitaschen-Mod. Warum habe ich den denn nicht eingebaut? Ich Trollo? Keine Ahnung. Ähm. Den hätte ich gerne getragen. Haube ich jetzt jetzt hier mal an. Ne, habe ich ja noch gar nicht. Kleidung wollte ich... Die bringt nix im Vergleich zu der hier. Ich müsste hier auch nochmal wieder... Achso, die habe ich schon zweimal. Gut. Dann kann ich die auch tatsächlich zerlegen. Ein Cowboy-Hut. Der hier ist, glaube ich, eingefärbt, ne? Aber... Kälte-Widerstand... Also 8, 12, 2, 12... 8, 12, 3, 13... Also der hat einen niedrigeren Rüstungswert, dafür aber einen besseren Kälte- und Hitze-Widerstand. Der hier kann nichts. Dann... Tschüss. Also... Ich muss sagen, Klamotten-Krams finde ich immer sehr schwierig, weil man nie weiß, wofür braucht man was nochmal und wann und überhaupt. Bla, 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 bla. So. Ja, Munition. Warum habe ich denn so viel Munition? Sehr schön. Ach, komm, behalten wir das doofe Gras mal. Dann haben wir hier oben noch Parts für diesen komischen Knippelator. Baumaterialien, da kann der Rotz ruhig gerne rein. Einschmelzen, das Blei. Ich glaube aber, ich habe hier auch noch Blei drin, ja. Kommt das aber mit dazu. Fertig aus, Micky Maus. So, dann haben wir hier Getränke. Kaffee-Pulver. Ich glaube, ich muss mir tatsächlich mal hier diesen... ...diesen Melasse-Krams da machen, das... ...ja, auch hier so einen geilen Bildbrädern-Kopf. In Ablage. Würde ich jetzt gerne erstmal so ein bisschen Platz schaffen, tatsächlich. Das sind ja alle Sachen, die kommen nachher wieder mit. Das ist natürlich klar, aber... Das sind ja auch erstmal Sachen, die mir... ...Stauraum kosten. Baumaterial. Blob. Dankeschön. Immer noch nicht alles. Meine Fresse. Das ist halt eben der Nachteil an so einem großen Auto. So, kurz reingucken. Was haben wir denn hier the most? Okay. Technik ist, glaube ich, eine ganz angesagte Sache. Nee, du nicht. Dankeschön. Kunststoff ist Technik. Hier, Batterien, Alter. Tape ist Technik. Das ist Technik. Öl ist Technik. Ich glaube, ich brauche ja nochmal wieder eine neue Kiste für irgendwas. Noch irgendwas hier, was Technik, theoretisch Technik ist. Hier die Funseln und die Spangen. Gut. Dann gehen wir nochmal in Parts hinein. Da wäre dann nämlich dieses Mechanische und das Elektrische. Okay. Dann haben wir den Händler. Da werde ich den hier mal verdicken. Ja, die muss ich noch reparieren, aber ansonsten werden die auch verdickt. Ich gucke lieber in Ruhe und zweimal durch, als dass ich es jetzt einmal zu schnell mache. Und dann wieder ständig hin und her. So, Lederstoff. Da haben wir das und das hier. Und hier unten noch Stoff. Meine Fresse. Munition, da hätten wir hier. Und noch ein bisschen davon. Und Kohle ist ja hier auch drin. Das war es aber munitionstechnisch. Waffentechnisch. Habe ich schon eine bessere Schrotflinte als... Ne, eine Pumpgun. Uh. Ich hatte noch gar keine Pumpi. Das ist aber pumpig. Was bringt denn der mir? 107. Das Ding hätte ich schon gerne als echt gut. Das Stahlspeer. Eisenspeer. Ich glaube, die schmelzt sich ein. Und dann können wir nämlich hier gleich einfach erstmal das, was eingeschmolzen wird, einfach so reinballern. So. Dann haben wir Restmüll. Das wäre das Nitrat. Und hier und dort. Sonst noch was für Restmüll? Nee, wir haben noch Baumaterialien. Die Farbe ist sehr schön. Und der Rest ist Küchenutensilien. Ist ja auch nicht schlecht. Hier haben wir nämlich das hier und die vergammelten Sandwiches. Ich habe noch ein bisschen was da von dir. Und dieses hier und dieses dort. Und unter Getränke Rotatee und Aqua. Und Bodia Aqua. Ich glaube, ich müsste korrekt gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Oh Gott, oh Gott. So. Dankeschön. Tür zu. Haffe tot. Okay. Was haben wir jetzt hier? Quests ohne Ende. Die waren, glaube ich, in Restmüll drin. Quest, 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 quest. Oh, na, Quester. Oh, na, Conquester. Werkzeuge. Das Ding wollte ich, glaube ich. Warte, das kann ich einschmelzen. Das Ding kann ich dem Händler verticken. Genauso wie das hier. Schmelzi, schmelz. Plopp, plopp. Na komm, mach plopp. Dann geht es hier rüber in den Pillenschrank. Sehr schön. Wie geht es beim Bein? Dem geht es doch Tutti. Na gut. Könnte ich schon ein Gips eigentlich herstellen. Gipsverband. Zwei Stofffetzen. Vier Maismehl. Zwei Bruchsand. Und eine Flasche trübes Wasser. Heilt gebrochene Arme und Beine schneller als eine Schiene. Schützt aber nicht vor weiteren Verletzungen. Müsste ich aber theoretisch hier, wenn ich das jetzt da so angucke, müsste ich das können müssen. Oder kann ich das gerade nur theoretisch, weil ich die Brille aufhabe? Ach, ich weiß es nicht. Ich bin da immer so. Ich weiß es nicht. Gut. Das war das. Sehr schön. Und dann können wir hier wieder unseren Krimskrams zurückschlürfen. Komm, Dose. Komm, witz, 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 witz. Was man immer für Scheiß mit sich rumschleppt. Den man gar nicht immer braucht, aber der auch nicht unwichtig ist, ne? So, Technik. Da würde ich das jetzt hier mal kurz rein dübeln. Da haben wir unser Garagentor. So, wo zum Henker kann man jetzt erkennen, wie rum dieses Tor eingebaut ist? Gar nicht, ne? Null. Es gibt keine Aussage, wo jetzt hier vorne und wo jetzt hier hinten ist. Zumal, wenn ihr euch das anguckt, ihr habt jetzt, ich kann das schlecht hinzeigen, hier, wenn ihr hier zwischendurch guckt, da ist ein Astloch. Wenn ich das Teil jetzt drehe, ist das Astloch immer an derselben Stelle. Es ist immer links. Das heißt, es gibt hier kein hinten und kein vorne, wo man sagen könnte, oh, ja, so rum. Also, ähm, ja, ich lasse das erstmal nochmal mit dem Tor und hoffe, dass ihr mir vielleicht in den Kommentaren bis dahin schon mal was, äh, ich packe es einfach mal hier rein, äh, was genannt haben könnt, woran es, ne, woran ich es festmachen kann, wie rum das Tor jetzt ist. So. Blabla. Was kann ich denn hier raus herstellen? Eine Kühlbox. Eine Töfte. Die bringt mir gar nichts. Maschinengewehr. Ja, okay. Vielleicht sollte ich da mal, weil jetzt hier Maschinengewehr ist, könnte ich, könnte ich das bauen? Ich könnte es bauen. Könnte ich das bauen? Ich weiß es gar nicht. Buch. Könnte ich es bauen? Ich weiß es nicht, Moment, ich gehe mal hier ran. Maschinengewehr. Nee, nicht Machete, sondern Maschinengewehr. Sind auf jeden Fall nicht ausgegraut, das heißt theoretisch, aber nur in ganz miserabler Qualität kann ich sicherstellen. Sagt mir das auch, achso, das braucht 7, 6, 2. Und das braucht auch 7, 6, 2. Was war denn das nochmal? Es gab doch eine Knarre. Ein Munition und Waffen ohne das Dings. Toll, dass man das hier nicht findet. Ach, die Autobatterie kann man theoretisch auch selber herstellen. Bleisäure und Kunststoff ist ja, das wäre ja easy. Okay. Nee, es gab doch eine Waffe, die... Diese Munition verballert hat, die 9 mm. Was war denn das für eine? Weil die hier braucht 7, 6, 2. Die braucht 9 mm. 7, 6, 2. Ja, doppelte Schrotflinte. Doppelläufige, nicht doppelte. Doppelläufige. Flinten-Munition. Das braucht auch 7, 6, 2. Hm. Was war denn das für eine Knarre? AK war ja das Ding hier. Und das war ja 7, 6, 2. Das hatten wir ja gerade schon geklärt. So. Bündungsbremse. Lenkt die antreibenden Gase ab, um den Rückschlag zu verringern. Ach so. Hm. Ähm. Tarnanzug, nee. Ich weiß es nicht mehr. Also, wenn es euch einfällt, schreibt es mir gerne in die Comments, welche, welches Gewehr man braucht, um, äh, die 9 mm Munition automatisch abzufeuern. Also nicht Pistole, sondern richtig Gewehr. Ihr wisst schon. So, nao, ich hätte auch mal wieder Hunger. Da ich ja auch ein paar... Kann ich Vitamine eigentlich auch selber herstellen? Benutzen. Mampf. Ähm. Guck mal, Vitamine. Man kann ja so vieles herstellen. Ach so, ich müsste vielleicht unter alles gehen. Vitamine. Nee, die kann man scheinbar nicht herstellen. Wobei das ja eigentlich auch nicht so abwegig wäre. Finde ich. Hm. Aber geht nicht. Mensch, Junge, jetzt schließt du einfach das Dings. So, wir gucken mal kurz. Ähm. Blob. Hm. Sehr schön. Kartoffelpflanze. Subidubi. Ich weiß zwar nicht, was ich mit so viel Kaffeesamen soll, aber... Ernten wir hier nochmal kurz ab. Ich weiß gar nicht, ob ich für diese Folge schon ein Thumbnail habe. Hm. Ja, dann gucke ich gleich einfach die Chrysantheme. Die Goldrute. Die Goldrute. Die Goldrute. Die Goldrute. Und wir sind schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Ach, das geht immer alles so. Radl. Die Fatz. Schnell. Äh. Einmal kurz bitte in Nahrung hier. Sehr schön. Hier. Guck mal. Kartoffeln könnten tatsächlich noch mehr sein. Das ist ein bisschen schade. Nee, Jucka auch nicht. Also Kartoffeln. Da kann ich auch nichts. Äh. Noch keine. Rezepte. Noch keine. Kartoffelsaat herstellen. Nee, schade. Das fehlt mir noch. Weil ansonsten. Ne. Könnte ich hier so ein Wildbret eintopfen. Fleisch habe ich ja noch einiges. Ne. Das einzige, was mir wirklich fehlt, ist Kartoffeln. Ja. Und Ei habe ich jetzt auch nicht mehr so bombastisch viel. Deswegen, naja, gut. Ballern wir das erstmal weg. Und ich sage Dankeschön fürs Freude hier zu sein. Ich hoffe, dass wir uns hier alle in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Bleibt gesund. Bleibt zu Hause. Macht's gut. Tschüssi.